Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurden die Juden in Westeuropa, im christlichen Europa, immer wieder Opfer von Pogromen und anderen Gewalttaten. Im heutigen Video wollen wir uns mal anschauen, wie war es denn im großen muslimischen Reich, das direkt an Europa grenzte, ans christliche Europa. Wie ging es den Juden zur goldenen Zeit des Osmanischen Reichs? Das Osmanische Reich bestand hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich aus Gebieten, die früher Teil des sogenannten Byzantinischen Reiches waren. Die Byzantiner, das waren die Nachfolger des Römischen Reichs, beziehungsweise sie waren das Römische Reich. Kurzer Rückblick in die spätantike Geschichte. Das Römische Reich hat sich aufgeteilt in ein Westteil und ein Ostteil. Und dieser Ostteil, der wurde später dann, als das Weströmische Reich schon untergegangen ist, wurde dieser Westteil irgendwann als Byzantinisches Reich bezeichnet. Sie haben sich aber weiterhin immer selber als Römer gesehen, das mal nur soweit. Das waren Gebiete um Konstantinopel herum im östlichen Mittelmeerraum, was später alles nach und nach vom Osmanischen Reich erobert wurde. Und in diesem Gebiet lebten damals schon viele Juden. Und dementsprechend waren Juden auch schon früh ein Bestandteil des Osmanischen Reichs. Die erste Synagoge, also das erste jüdische Gotteshaus, von dem wir wissen, dass es im Osmanischen Reich stand, das finden wir 1324 in der Stadt Bursa. Bursa wurde später Hauptstadt des Osmanischen Reichs, bevor dann später andere Städte wie Idyrne oder eben Konstantinopel, Istanbul die Hauptstadt wurden. Also wir können sagen, dass die jüdische Geschichte im Osmanischen Reich schon sehr früh, also im Spätmittelalter begann. Wir kommen zu einem ganz zentralen Ereignis der Osmanischen, aber auch der Weltgeschichte, nämlich die Eroberung von Konstantinopel im Jahre 1453. Wir müssen da mal kurz schauen, was war der Zustand der Stadt Konstantinopel. Früher, also so sag ich mal vom 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, 8. Jahrhundert bis hin, sag ich mal, ins 13. Jahrhundert, war Konstantinopel die christliche Stadt der Welt. Sie hatte bis zu eine halbe Million Einwohner, war unglaublich weit entwickelt, was Wirtschaft anging, Kunst, Technologie und so weiter. Also Konstantinopel war wirklich so das kulturelle Zentrum Europas und eine der größten und bedeutendsten Städte der Welt. Das war zu dem Zeitpunkt, als die Osmanen Konstantinopel belagerten, nicht mehr so. Und warum? Wegen katholischen christlichen Kreuzfahrern. Also nicht katholisch, aber das, was später katholisch war. Auf jeden Fall, Kreuzfahrer haben Konstantinopel 1204 platt gemacht. Auf dem vierten Kreuzzug, der eigentlich dazu gedacht war, gegen Muslime zu kämpfen, aber man hat sich dann gedacht, ja, schalten wir halt lieber die große christliche Stadt im Osten aus, plündern sie und machen sie fast dem Erdboden gleich. Von diesen Plünderungen und Zerstörungen durch christliche Kreuzfahrer im Jahre 1204 hat sich Konstantinopel nie wieder erholt. Und das war auch der Grund, warum wir dann im Jahre 1453, als die Osmanen die Stadt belagert haben, eine Stadt haben, die nur noch ein Schatten ihrer selbst war. Also ich habe gerade gesagt, sie hatte früher bis zu 500.000 Einwohner, Mitte des 15. Jahrhunderts waren es noch knapp über 40.000. Also die Stadt hatte zuvor auch mit der Pest zu kämpfen und so weiter. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr die Stadt, die, sag ich mal, das Wunder der Welt und das Zentrum der Christenheit war. Trotzdem war es ein unglaubliches Prestigeobjekt, die Eroberung dieser Stadt. Und nicht nur das, sie war auch strategisch sehr, sehr wichtig, zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer gelegen. Also war es irgendwann, sag ich mal, fast schon Pflicht für die Osmanen, diese Stadt zu erobern. Obwohl sie sehr, sehr gut befestigt war, sehr dicke Mauern hatte, gelang es den Osmanen 1453 unter dem großen Sultan Mehmet, dem Eroberer, die Stadt zu erobern. Und man hätte denken können, er nimmt die Stadt ein und vernichtet sie dann, um sie ein für alle Mal auszuschalten und den Triumph zu zementieren. Aber Mehmet hat sich entschieden, die Stadt Konstantinopel selbst zur Hauptstadt des Osmanischen Reichs zu machen. Und was musste er also zuerst mal machen? Er musste die Stadt überhaupt wieder in einen präsentierbaren Zustand bringen. Er musste sie wieder aufbauen. Wie gesagt, 40.000 Einwohner, 45.000, das ist nicht wirklich einem Weltreich angemessen, das mehrere Kontinente umspannt. Das ist eher, was wir heute als Mittelstadt bezeichnen würden. Also, Mehmet II. hat über die ganzen Lande, über die ganzen Herrschaftsgebiete der Osmanen damals die Kunde verbreiten lassen, dass sie Leute nach Konstantinopel schicken sollen. Und das war nicht immer freiwillig. Es wurden also vom Balkan und aus Anatolien Muslime, Christen und auch Juden in die Stadt geschickt, um beim Wiederaufbau und beim, sag ich mal, beim Kreieren einer würdigen Hauptstadt für das Osmanische Reich zu helfen. Und das sorgte dazu, dass die Zahl der Juden im Konstantinopel des 15. Jahrhunderts auf bis zu 10 Prozent der Bevölkerung stieg. Dabei handelt es sich hauptsächlich um byzantinische Juden, also wie gesagt, Juden, die schon im byzantinischen Reich lebten, beziehungsweise ihre Vorfahren, bevor es osmanisch wurde. Aber es gab auch noch andere jüdische Gruppen. Unter anderem gab es auch mitteleuropäische Juden, die nach und nach ins Osmanische Reich emigriert sind, um vor der Verfolgung aus dem christlichen Europa, aus Westeuropa zu flüchten. Ein gutes Beispiel dafür ist der Rabbi Itzak Safati. Der ist französischstämmig, aber in Deutschland geboren und ist schon vor der Eroberung Konstantinopels ins Osmanische Reich ausgewandert. Und der hat immer mal wieder Briefe an seine jüdischen Freunde und das jüdische Volk in Westeuropa geschickt, wo er praktisch Werbung gemacht hat für eine Auswanderung ins Osmanische Reich. Er hat unter anderem geschrieben, hier in der Türkei, da gibt es nichts, woran es uns mangeln würde. Und hat so die rhetorische Frage gestellt, ist es nicht besser unter den Muslimen zu leben als unter den Christen? Und eine Antwort auf diese Frage haben die Könige und Königinnen von Spanien dann 1492 bereitgestellt. Und zwar in dem Edikt von Alhambra. Und das bedeutete nichts anderes, dieses Edikt, dass die Juden aus der ganzen iberischen Halbinsel vertrieben wurden. Sie mussten entweder zwangskonvertieren zum Katholizismus oder sie mussten die iberische Halbinsel Spanien und Portugal verlassen. Diese Juden nennt man auch die sephardischen Juden. Also Juden, die aus Mitteleuropa kamen, waren Aschkenazi, das ist das alte hebräische Wort für Deutschland. Das umfasst die, sag ich mal, mittel- und nordeuropäischen Juden, Aschkenazi. Und die Juden aus der iberischen Halbinsel sind die sephardischen Juden. Und diese Sephardi haben also einen Ort gesucht, wo sie hinziehen konnten, nachdem die Christen sie aus ihrem Land vertrieben haben. Und der Sultan Bayazad II. hat diese Gelegenheit erkannt und hat den Juden erlaubt, sich in Konstantinopel anzusiedeln. Und nicht nur in Konstantinopel, auch in anderen Städten im Osmanischen Reich, Jerusalem, Damaskus und so weiter. Saloniki, beziehungsweise Thessaloniki, wurde auch ein ganz, ganz großes Zentrum des jüdischen Lebens im Osmanischen Reich und hatte eine riesengroße jüdische Community bis zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, als die Deutschen kamen und letztendlich fast alle Juden Thessalonikis im Holocaust ermordeten. Also, ab dem späten 15. Jahrhundert haben wir, sag ich mal, drei Hauptgruppen der Juden im Osmanischen Reich. Wir haben die byzantinischen Juden oder ihre Nachkommen. Wir haben die Aschkenazi-Juden, die aus Mitteleuropa eingewandert sind. Und wir haben die Neuankömmlinge, die sephardischen Juden aus der iberischen Halbinsel. Und man geht davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt sie etwa 30.000 Menschen gestellt haben in Konstantinopel alleine. Also, 30.000 Menschen in der Hauptstadt des Osmanischen Reichs. Und wie kann man sich jetzt dieses Leben dieser Juden dort vorstellen? Das hat sehr viel mit dem sogenannten Millett-System zu tun. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das Millett-System im Osmanischen Reich bedeutet so viel, wie dass die religiösen Communities sich mehr oder weniger selbst verwalten konnten. Also, man hatte das muslimische Millett, das war das herrschende Millett, die herrschende Community. Und man hatte aber noch mindestens drei andere. Nämlich einmal die Orthodoxen, man hatte die Armenier, auch Christen, und man hatte eben die Juden. Und die waren nicht gleichberechtigt mit den Muslimen. Das muss man ganz klar sagen. Es gab keine Gleichberechtigung von Muslimen und Juden oder Muslimen und Christen. Die Muslime waren immer besser gestellt. Die Juden und Christen mussten eine Kopfsteuer zahlen, eine Art Schutzgeld, was Muslime nicht zahlen mussten. Sie durften nicht die Muslime zu ihrem Glauben konvertieren. Und es gab noch andere Regeln, unter anderem, dass sie keine Pferde reiten durften, dass sie keine Waffen tragen durften, dass ihre Gotteshäuser nicht größer und prächtiger sein durften als die der Muslime, dass sie in eigenen Vierteln leben mussten und so weiter. Aber im Gegenzug, das ist die andere Seite von Schutzgeld, im Gegenzug versprach ihnen der Sultan auch Schutz vor inneren und äußeren Feinden. Und das hat einigermaßen gut funktioniert. Also die Communities konnten untereinander ihr eigenes Leben leben, ihre eigenen Regeln durchsetzen, ihre eigenen Gesetze untereinander haben. Sie waren dem Sultan natürlich verpflichtet und waren Untertanen. Aber insgesamt hat man sich nicht so sehr eingemischt, in wen sie angebetet haben oder wie sie gebetet haben. Und auch Pogrome gab es zur Zeit, sag ich mal, zur Glanzzeit des Osmanischen Reichs, so vom, würde ich mal sagen, ganz grob vom 14. bis zum 17. Jahrhundert, relativ wenige, gerade wenn man es vergleicht mit dem christlichen Europa im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Und gleichzeitig haben viele Juden, die aus der iberischen Halbinsel geflüchtet sind oder auch aus Mitteleuropa, brachten sie sehr viele Kenntnisse mit. Sie waren sehr oft erfahrene Handelsleute. Sie hatten Handelsnetzwerke, Handelsbeziehungen und so weiter. Sie waren oft sehr gebildet. Und das waren alles Fähigkeiten, die einem wachsenden Weltreich natürlich sehr, sehr zugunsten kommen. Das hat unter anderem dazu geführt, dass der Leibarzt des Sultans, der Konstantinopel erobert hat. Der Leibarzt von Mehmet, dem Eroberer, war selber Jude. Und sein Finanzminister auch. Und auch der Machthaber der griechischen Insel Naxos. Es waren viele Diplomatenjuden, weil die Osmanen natürlich konsequent im Krieg mit den christlichen Mächten Europas waren und sich deswegen gedacht haben, die Juden sind wahrscheinlich oder könnten unsere Verbündeten sein. Also mit uns gegen die Christen, die sie so lange unterdrückt haben. Und deswegen waren Juden auch begehrte Diplomaten, Spione auch zum Teil und so weiter. Also Juden konnten durchaus ein relativ wohlhabendes und einigermaßen sicheres Leben im Osmanischen Reichsleben während dieser Blütezeit. Das nicht heißt, dass sie irgendwie gleichberechtigt wären, das möchte ich gleich dazu sagen. Aber es war durchaus angenehmer als das, was in Westeuropa für Juden zu erwarten war. Im 18. und 19. Jahrhundert ging dann langsam so diese Blütezeit und die Vorherrschaft des Osmanischen Reichs zur Neige. Die Mächte Europas, die christlichen Mächte, wurden immer stärker und haben das Reich immer mehr zurückgedrängt. Und insgesamt war dieses Reich, das eines der modernsten, einer der modernsten Staaten der Welt war, kam immer mehr ins Hintertreffen und es war immer verkrusteter und konnte nicht modernisiert werden und es war ein allgemeiner Verfall. Und in dieser Zeit des Verfalls nahmen dann auch die Spannungen zwischen den Juden und den Muslimen im Osmanischen Reich immer mehr zu. Hauptsächlich in den Gebieten, wo die Osmanen, sag ich mal, Oberherrscher waren, aber wo hauptsächlich Araber lebten. Und das hat später auch damit zu tun, mit dem Import von zwei Ideen aus Europa. Nämlich zum einen dem Nationalismus, dem Nationalgedanken, dass eine Nation, ein Volk, einen eigenen Staat braucht, was dann dazu geführt hat, dass es natürlich Konkurrenz gab zwischen den verschiedenen Nationen des Osmanischen Reichs, also den Arabern, die eigene Staaten wollten oder einen eigenen Staat und den Juden, die vielleicht einen eigenen Staat wollten. Das hat zu Animositäten geführt. Später gab es auch viele Einwanderer, jüdische Einwanderer aus Ost- und Mitteleuropa, die nach Palästina kamen, was damals Osmanisch war. Das ist ein Thema für sich. Ein anderes Thema für sich, das ich ja auch nur anreißen kann, ist die zweite Idee, die aus Europa importiert wurde, und zwar der klassische Antisemitismus. Antisemitismus ist was anderes als nur Judenhass. Es gab schon davor Judenhass, aber Antisemitismus speist sich aus diesem klassischen Judenhass, aber geht noch viel weiter, weil er rassisch motiviert ist. Also dass die Juden nicht religiös gesehen werden, sondern als eine Rasse, eine Ethnie, die es zu bekämpfen gilt. Und das hat natürlich seinen Höhepunkt im Holocaust durch die Deutschen dann gefunden. Diese Idee war in der arabischen Welt oder in der islamischen Welt nicht verbreitet davor. Auch wenn es immer mal wieder Reibungen mit den Juden gab und Konflikte und auch Verfolgungen. Aber das, was dann später kam, gerade im 19. Jahrhundert, war eine ganz, ganz neue Qualität. Und da werde ich mal ein eigenes Video drüber machen, wie der moderne Antisemitismus aus Europa in den Nahen Osten kam. Aber wie gesagt, das ist Thema für ein anderes Mal. Kurz zusammengefasst kann man sich merken, sobald das Osmanische Reich im Auseinanderbrechen war und im Verfall begriffen, da nahm auch die Stellung der Juden in diesem Reich immer mehr ab und wurde immer problematischer. Also ich möchte ein kurzes Fazit ziehen. Gerade zum Höhepunkt des Osmanischen Reichs, als das Osmanische Reich im Zenit seiner Macht stand und in Kultur und Wissenschaft und militärischer Macht wirklich auf dem Höhepunkt war und einer der mächtigsten Staaten der Welt, da ging es den Juden im Osmanischen Reich durchaus gut. Vor allem verglichen mit dem, was sie im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit in Europa mitmachen mussten. Also dieses ganze klassische Bild, was oft auch in den Medien leider transportiert wird von wegen die Muslime hassen die Juden und das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Völliger Bullshit. Gerade in dieser Zeit, wenn man drauf schaut, waren die Christen eigentlich diejenigen, die die Juden am meisten unterdrückt haben, die sie aus ihren Ländern vertrieben haben, verbrannt haben. Und diese Juden sind oft ins Osmanische Reich geflohen, weil es dort unter den Muslimen ihnen besser ging als unter den Christen. Das sollten wir nie vergessen, wenn wir über, auch über modernen Antisemitismus reden übrigens. Aber wie gesagt, anderes Thema. Ich auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich im Jahre 1400 oder 1500 lieber im Osmanischen Reich unter den Muslimen gelebt hätte oder in einer christlichen Nation in Westeuropa, ich hätte mich sehr wahrscheinlich für das Osmanische Reich entschieden. Wenn euch dieses Thema gefallen hat, obwohl oder gerade weil es so ein bisschen in die Historie ging, dann schreibt es mir doch in den Kommentaren, dann kann ich mehr davon machen. Ich würde mich auf jeden Fall wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert, allgemein irgendwelche Anregungen, Kritikpunkte oder sowas in die Kommentare schreibt und ein Like da lasst. Und in diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Video. Ich hoffe, ihr seid dabei und bis dann. Ich hoffe, ihr seid dabei und bis dann.